Wir warten auf dich. Ich hebe schon mal ab, in der Luft. Kommst du dann nach oder wie? Ich bin in der Luft. Achso, gut, schön. Gut, dann mache ich mal Rakete. Läpter ziehen wir über Lisa. 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 Da fällt eigentlich ja auch super. Ah, hallo. Oh, nur. Lichter aus, unbescharf, Ziel über Lisa, Fackel 2 Solo, Lichter aus, über Lisa, 80-80, Victor 80-80. Lichter aus, überlösslich, überlösslich, die Lichter aus, überlösslich, und dann weiterführen. Ausleveln, untere Wolkendecke. Ui, das brennt aber schon ganz schön. Auflockern ein bisschen. Zumindest ist es nicht weit. Oplane befiehlt uns freie Jagd im befohlenen Luftraum. Was ist denn da unten für eine große Rauchwolke? Ist das unser Ziel? Ja, dahinter sind Anlagen. Also das brennt ist der Gegnerflugplatz, ja? Genau, dahinter sind Gebäude weiter östlich. Sammelpunkt bzw. dann eigenständig zurück. Es ist ja nicht weit. Da sind auch einige Bunker. Frage, freier Angriff? Ja. Ja. Frage, freier Angriff? Ja. Ja, wir bekommen Flak rein. Ich packe jetzt so, du darfst runter. Wir kriegen Kontakt auf unsere 6 Uhr. Aufpassen, Leute. Pauke, Pauke auf Bunkeranlagen. Löse mich raus. Robert, Horido, danke. Scheiße. Scheiße, Treibstoff leckt. Wurde getroffen. Pauke, Pauke. Bombe raus. Abflug Richtung 270, korrekt? Eigentlich fände ich nach Hause. Mein Motor ist beschädigt. Da lässt du ja nichts mehr stehen, ne? Oh nein! Die hätte ich doch noch gedr... Jawohl, jawohl. Pauke, Pauke in die Flak-Stellung. Äh... Nicht kippen, nicht kippen! Ah! Boom. Die Flak-Stellung quand die Flak-Stellung stöhnt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020